Wie vollkontraktig wird es denn? Es ist ein bisschen vergleichbar mit Eishockey vielleicht. Kann man ersaufen? Naja, nein. Bis jetzt haben wir alle rausgekriegt. Du schwörst? Ich schwör. Okay, dann kriegen wir das heute auch. Also rein ins Kanu, kann ja nicht so schwer sein. Erst mal vertraut machen mit dem Gerät. Aber noch bevor Lukas überhaupt die Kamera startklar hat, mache ich den Abflug. Der Tobi liegt schon, können wir da hin? Das ist kalt. Sieht man schon die planke Angst noch in meinen Augen. Ist das wackelig, ey. Das ist wie beim Reiten, Leute. Wenn man runter fällt, sofort wieder hier drauf. Steht der? Richtig? So ist es. Bei uns Kanu-Polo-Leuten ist das eine alte Regel nämlich. Ja, das haben wir auch. Das ist ja in jeder Sportart so. Lassen wir uns tätowieren wir zwei bei der nächsten Kanu-Polo-Waterfeuer. Blanke Angst. Da hängt ein Tor rum. Die sind auch noch oben. Soll das so oder ist das ... Die Unterkante vom Tor soll zwei Meter über dem Wasser hängen. Ich werde dich zentern! Respekt! Hell yes! Das war die halbe Rolle! Fulda, you won't get me again! Das ist jetzt unser Polofeld. Ziel ist es ähnlich wie bei den meisten Ballsportarten. Der Ball da rein. Genau. Der Ball ins gegnerische Tor. Und den wirft man dann? Genau. Den kannst du werfen. Du kannst den mittelnden Paddel reinschlagen. Das ist alles erlaubt. Derjenige, der den Ball hat, da sogar reingeschmissen werden. Was wir heute ... Nimm ihn weg! Nimm den Ball weg! Okay. Das geht los! Genau. Du kannst schon mal so ein bisschen reinfahren. Ach du Scheiße! Okay. Von hier. Ball. Und einen an den blauen und trupp! Yeah! Mega! Sau gut! Lasst mich zurück! Ich bin happy! Mach dir mal! Mega! Sau gut! Lasst mich zurück! Ich bin happy! Mach dir mal! Was für eine krasse Mannschaft! Seit vier Jahren gibt es Kanu Polo in Fulda. Zuschauer sind am Ufer immer willkommen. Neue Teammitglieder mit etwas mehr Talent als ich natürlich auch. Leute, es ist eine unfassbar anstrengende Sportart. Das säuft ab hier, das Boot gerade. Ja, das ist okay. Wir retten das Boot, dann mich und ich gehe heiß duschen. Vielen Dank euch! Ich bleib wohl eher Kanu Polo Zuschauer. Lohnt sich aber auf jeden Fall. Wieder im Trockenen führt uns der Weg mitten in die Löherstraße, eine der Haupteinkaufsstraßen der Stadt.